...dabei, wenn ich mit Thaddeus eine kommunistische Revolution anzettel und Mr. Krabs dem fetten Geizhals endlich das Geld wegnehmen und es an die Bevölkerung von Bikini Bottom umverteilen? Also, Arbeiter der Welt, vereinigt euch! Ich bin dabei, Spongebob! Spongebob, wir haben gerade noch über die große Kappe geredet und jetzt willst du eine Revolution anzetteln. Spinnst du? Krallt euch sie und reißt ihren beschissenen Schutzanzug weg! Wir sind unter Wasser und nicht auf dem Mond!